Damit herzlich willkommen zu meinem heutigen Wort zum Sonntag. Und heute mit einem Ereignis diese Woche, wo ich mich gefragt habe, was? Und zwar bin ich in mein Mailpostfach gegangen und habe dort eine E-Mail mit dem Betreff zweite Mahnung vorgefunden. Und ich dachte, zweite Mahnung? Von was? Ich habe doch alle Rechnungen bezahlt. Und dann habe ich den Absender gelesen. Denn Endesha... Ich brauche so einen kurzen Moment. Ich dachte, Endesha, wer war das nochmal? Ach, Internet! Ja, mit denen war ich doch längst fertig. Was schicken die mir am Mittwoch, dem 3.6. um 10.24 Uhr? Denn eine Mahnung! Dann klicke ich da mal drauf und lese von support.endesha.de folgende Nachricht. Guten Tag, Herr... Bedauerlicherweise konnten wir bezüglich unserer Rechnung mit der Rechnungsnummer 580... in Höhe von 20,51 Euro bislang keinen Eingang feststellen. Auch unsere Erinnerungs-Mail blieb bislang unbeantwortet. Wir möchten Sie nun bitten, die offene Rechnung zuzüglich Mahn- und Stornokosten zu begleichen. Rechnungsbetrag Netto 17 Euro noch was. Rechnungsbetrag Brutto 20,51 Euro. Stornokosten 7,85 Euro. Mahngebühr 0 Euro. Zuzahlenderbetrag 28,36 Euro. Bitte zahlen Sie den angegebenen Betrag innerhalb einer Woche. Sollten wir mit Ablauf der genannten Frist keinen Zahlungseingang feststellen können, werden wir unser Inkasso-Büro bemühen. Unsere Bankverbindung. NDSHA AG, Sparkasse Oberhessen, Bankleitzahl so und so, Kontonummer so und so. Hinweis zur Schufa-Meldung. Schufa-Unterrichtung nach § 28a Absatz 1 Nummer 4c BDSG. Wir weisen darauf hin, dass wir Daten über die nicht vertragsgemäße Abwicklung von fälligen und unbestrittenen Forderungen aus Vertragsverhältnissen an die Schufa-Holding AG Kormoranweg 5 Wiesbaden übermitteln, soweit die vorstehend genannte Forderung nicht ausgeglichen wird und die Weitergabe der Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der eines Dritten erforderlich ist. Weitere Informationen über die Schufa erhalten Sie unter www.meineschufa.de Mit freundlichen Grüßen NDSHA Support Team. Dann noch Telefonnummer, Handelsregister Friedberg, Handelsregister 7915, Steuernummer so und so, Geschäftsführer Peter Dippold. Ja, wenn ihr beim vorangegangenen Wort zum Sonntag die Betrüger von NDSHA gut aufgepasst habt, dann könnt ihr jetzt auch schon die Lügen in dieser E-Mail enttarnen. Bedauerlicherweise konnten wir bezüglich unserer Rechnung mit der Rechnungsmomenten Höhe von NDSHA keinen Eingang feststellen. Das stimmt. Auch unsere Erinnerungs-Mail blieb bislang unbeantwortet. Tja, das ist schlichtweg eine Lüge. Also die Leute bei NDSHA sind nicht nur Betrüger, sie sind auch noch Lügner, denn selbstverständlich habe ich, wie in meinem letzten Wort zum Sonntag ja ganz schlüssig dargelegt, den Forderungen widersprochen und zwar per Post, per Brief mit Einschreiben. Und dieses Einschreiben ist natürlich auch angekommen, denn sie haben mir eine fristlose Kündigung geschickt. Sie nehmen von ihrem Recht auf fristlose Kündigung Gebrauch, diese Spagatmäuler. Also das muss man sich wirklich mal mit einem Gehirn auf der Zunge zergehen lassen. Und ich habe mir halt so überlegt, was könnte dahinter stecken? Weil unter uns Pastorentöchtern gesagt, geht es ja um rund 29 Euro oder rund 28 Euro sogar. Also sagen wir mal rund 30 Euro. Es geht, sagen wir mal, so machen wir mal einen Betrag von 30 Euro. Da zieht man nicht vor Gericht für, für 30 Euro. Worum geht es da? Das würde das Unternehmen auch locker verkraften, diese 30 Euro von mir jetzt nicht zu erpressen. Ja, ich bin mittlerweile wirklich so weit, dass ich mir also wahrscheinlich anwaltliche Hilfe nehmen werde. Da schrecke ich jetzt momentan noch von zurück, weil so ein Anwalt ja auch immer bezahlt werden will. Und ob man dann die Kosten letztendlich wiederkriegt vom Gericht, also dass die Kosten übernommen werden müssen von der Gegenseite. Das ist ja immer so eine heikle Sache. Deswegen warte ich damit erstmal. Und wenn also das sich mit der Schufa nicht regeln lässt und dann wäre ich also auch, dann muss ich es machen. Also ob es da um 30 Euro geht oder um 3000 oder um 30.000, spielt dann für mich keine Rolle mehr. Wenn ich ungerecht behandelt werde, dann gehe ich auch dagegen vor. Es ist erstmal nur eine Lüge, die Endesha hier aufstellt und insofern bleibe ich erstmal entspannt. Und wenn da doch noch was kommen sollte, dann werde ich rechtliche Schritte einleiten müssen. Darüber werde ich euch hier in dieser Reihe sozusagen diesem Audio-Podcast immer auf dem Laufenden halten. Ich möchte also hiermit sozusagen, ja, als Information vielleicht für andere Endesha-Kunden oder ehemalige Kunden, vielleicht aus ähnlichen Gründen, aber halt auch zur Dokumentation diesen Weg einfach nutzen, um das Ganze mal festzuhalten. In diesem Sinne vermute ich fast bis zum nächsten Teil. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr auch mal Probleme hattet mit Endesha, dann schreibt das doch mal in die Kommentarfunktion und dann kann man sich vielleicht auch ein bisschen darüber austauschen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.